TTIP, hoi! Tausende hier in Wien, Hunderttausende in ganz Europa, gehen am Samstag auf die Straße, damit in Zukunft nicht nur Hormonschnitzel und Gentechnikobst auf unsere Teller kommen. Der Protest der Demonstranten richtet sich vor allem gegen TTIP und CETA. Geplante Handelsabkommen zwischen USA und Europa, die ihrer Meinung nach das Ende unserer gesunden Küche und Umwelt bedeuten könnten. Heute finden weltweit, wirklich rund um den Globus, auf allen Kontinenten Demonstrationen, Aktionen statt, weil die Menschen auf der ganzen Welt Handelsabkommen satt haben, weil Menschen auf der ganzen Welt merken, dass sie die Verlierer sind, weil die Umwelt zerstört wird, weil Lebensmittel immer billiger produziert werden, zulasten der Umwelt, der Menschen, der Konsumentinnen, der Tiere, unserer Erde. Die Gewinner aus dem Ende der hohen heimischen Umwelt- und Lebensmittelstandards wehren nicht die österreichischen Bauern, sondern multinationale Nahrungsmittelkonzerne und deren Aktionäre. Laut Global 2000 stellen TTIP und CETA Unternehmensinteressen über Gesundheit und Umweltschutz. Sie wünschen sich Turbocühe, die noch mehr Milch geben unter Einsatz von Hormonen zulasten der Kühe. Sie wünschen sich mehr Pestizide, ganz egal was mit der Umwelt und den Menschen passiert, ganz egal was mit den Bienen passiert. Sie wollen nur Profite und das wollen wir heute hier verhindern. Wir haben in Europa lang dafür gekämpft, dass unsere Teller Gentechnik-frei bleiben, dass wir ein Recht haben zu wissen, wo Gentechnik drin ist und das steht jetzt auf dem Spiel. Was regt dich am meisten auf bei TTIP? Dass es nicht demokratisch ist, undurchsichtig und ich glaube, dass auf uns wenig Rücksicht genommen wird. Im Grunde, wir wissen dann nicht mehr wirklich, was wir essen. Die Lebensmittel sind nicht mehr wirklich sicher, Gentechnik und so weiter. Und wir wollen einfach wissen, was wir essen und so weiter. Also es gibt so viele Sachen, die hinter unserem Rücken passieren und das kann einfach nicht weiter so gehen. Masse statt Klasse. Gentechnik statt heimischer Bauernkultur. Nur wenn sich die österreichische Regierung sowie die EU für gesundes Essen und eine gesunde Umwelt und gegen die Profitgier entscheiden, können TTIP und CETA noch verhindert werden.